Um die Band vorzustellen. Wie gesagt, nahm bei den Plus ist es, die Yvonne. Das neue Team-Begel, die hat irgendwie jünger abgelöst. Die Nora. Die Andrea. Meine Mama-Dame, die ist ja noch als Mann verkleidet. Die hat bitte vor zwei Tagen noch ein Kix auf der Hand gehabt. Unsere Liga Susi. Der Karl am Saxofon, die Enteignis. Dann haben wir bei den E-Fallikern schon angekramt und haben wieder einen rekrutiert. Du hast ja ein Konzert gemacht. In der alten Phase dabei. Der Alex am Saxofon. Der Alex-Mario-Gerikern, die ist ja noch als Mann, ja? Meine Jörg-Gernarder von Feiten. Gerhard Eppso Bass. Wir wollen jetzt mal die Jürgen sagen, wir lassen sich das aufstehen. Jürgen Alper! Vielen Dank. An Schlagzeug Bernd Wieter, das sage ich heute mit der Person. An den Keyboards, aber auch allen was bei uns zu tun ist, mir schieb alles auf er, mir macht es gern. Der Michi. Michi, danke schön. Und ich bin daheim schon ins Report geteilt. Nun kommen wir zu etwas ganz anderem.